Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, mein Name ist Ji aus dem Crypto Café. Wir fangen an mit der ganzen SEC-Geschichte. Es sind tatsächlich drei Sachen, die gestern gleichzeitig passiert sind, deswegen versuche ich die hier etwas kompakter zusammenzufassen, sonst reden wir hier in drei Stunden noch drum. Also das Erste ist natürlich die Geschichte, dass SEC an der Stelle Coinbase und Binance verklagt hat. Und das, was am dringendsten war, war natürlich diese einstweilige Verfügung, die letzte Woche von SEC eben herausgegeben worden ist beim Gericht, dass sie sagen, hey, wir müssen sämtliche Assets von Binance einfrieren, weil da besteht die Gefahr, wir reden hier von Binance USA, das ist eine separate Entität, weil sonst besteht die Gefahr, dass dort Geld von Binance geklaut wird, von International Binance aus den Binance USA, weil die dort eben auch ihr Assets vermischen. Aber ich meine, bei der Frage, da weiß ich selbst, dass die das sowieso im Hintergrund tun. Nichtsdestotrotz, die haben das gefordert und das Gericht hat eben gestern soweit auf diese einstweilige Verfügung Fragen gestellt, ja, könnt ihr das nachweisen? Ja, habt ihr irgendwelche Sachen geprüft und so weiter und so fort? Und auf die konkreten Fragen konnten SEC eben an der Stelle keine zufriedene Antwort geben, ja, und da war sogar die Richterin oder das Gericht selbst sehr, sehr unzufrieden gewesen mit den Antworten, beziehungsweise mit den Argumenten, die SEC dort an der Stelle gegeben hat. Und deswegen ist das soweit erstmal nicht komplett abgeschmettert, sondern die wurden dazu aufgefordert, zusammen, also Binance mit SEC zusammen sich hinzusetzen und eine akzeptable Lösung auszuarbeiten, ja. Ob da teilweise frees oder, ne, weil Binance sagt an der Stelle, alles funktioniert, ja, jeder User, der bei uns auf der Plattform ist, der kann ganz normal deine Assets abziehen. Darum geht's ja, ne, dass die Assets von den User auf der Plattform nicht gefährdet sind, ja. Das ist ja praktisch der Vorwurf, was der SEC an der Stelle angebracht hat. Und somit, solange das natürlich problemlos passieren kann und ablaufen kann, gibt es ja auch keinen Grund, von der gesichtsgerichtlichen Seite das Ganze einzufrieren. So, und das heißt, das ist auf jeden Fall erstmal ein Nothing Burger, wie man es so schön nennt, also praktisch in der Versenkung verschwunden. Die zweite Sache ist, dass die SEC an der Stelle mit der Klage von Coinbase-Seite, ne, weil Coinbase hat ja Ende April, darüber habe ich ja berichtet, vom SEC diese Warehouse Notice bekommen, ne. Warehouse Notice ist einfach so eine Vorankündigung, hey, in etwa einem Monat bis etwas mehr werden wir euch verklagen, ja, bereitet euch drauf vor und zu diesem Warehouse Notice kann man als Unternehmen natürlich Stellung nehmen, ja. Und wenn, also offiziell lautet die Regel so, wenn die Stellungnahme die Klage, ne, sag ich mal, Ursachen einigermaßen aus dem Raum räumen kann, ja, dann wird eben nicht so klar gekommen, ja, ist aber in der Vergangenheit zu 90% der Fälle immer dazu gekommen und entsprechend hat eben Coinbase an der Stelle dort als Gegenwehr sozusagen, weil die ja nicht genau wussten, was auf sie zukommt, SEC an der Stelle verklagt, ja, nach dem Motto, hey, ihr habt keine klare Regulation, ihr habt keinen klaren Weg, Weisung für die Unternehmen, die an der Stelle sich, ja, sag ich mal, gesetzeskonform verhalten wollen, ja, und das, ja, das wollen wir von euch hören, ja, was ist die genaue, ja, genaue Vorgabe, was ist die genaue Regel, wie sollen wir wirklich die Sachen registrieren und so weiter und so fort, ja. Und da in der Hinsicht ist natürlich auch gerichtliche Auseinandersetzung definitiv noch, wird sich jetzt auch nicht so schnell entscheiden, also wird noch einige Zeit dauern, aber in erster Instanz, also gestern in der Verhandlung war zumindest so, dass auch das Gericht an der Stelle, ja, die SEC ziemlich, also die gleichen Fragen gestellt hat und auch ziemlich unzufrieden war mit der Antwort von SEC, ja, und nämlich, dass die SEC an der Stelle sowas gesagt hat, wie, ja, es ist das, was wir gesagt haben, ja, das ist das, was wir gesagt haben, das gilt und zu den konkreten Fragen können wir frühestens drei bis sechs Monate, ja, erst eine Aussage machen und das ist ja genau das, was das Gericht von SEC verlangen wollte, ja, die wollen, die sollen erstens einen Termin sagen, ja, wann diese genaue Aussage kommen kann, ja, und zwar jetzt und zweitens, ja, was ist genau die Aussage und beide Antworten konnten die an der Stelle nicht zufriedenstellend beantworten, aber die SEC und davon war eben auch die Richterin an der Stelle sehr, sehr, ja, nicht angetan, sagen wir gelinde gesagt. Und die dritte Sache ist nämlich, dass diese Anhörung, ne, vom Kongress, glaube ich, und das ist echt schwer, ich habe versucht, ja, ich habe 20 Minuten mir an das reingezogen und das ist, das Problem bei diesem Ganzen ist, niemand kann da wirklich sich komplett ausreden, ja, selbst wenn man die Argumente hätte. Es ist immer Zeit gestempelt, ja, jeder hat ein paar Minuten Zeit, ne, um zu reden und kann jemanden aufrufen, der etwas sagt, ja, und die anderen hören dazu und das dauert vier Stunden, ja, das ist einfach nur eine Show, ne, das ist, wenn ihr euch das mal reintut, einfach irgendwo einen Ausschnitt nehmen, ja, das sind ja alle nur fünf Minuten, die irgendjemand da am Reden ist, der eine fragt was und der andere redet was dazu und dann geht es wieder weiter an den Nächsten und das ist einfach auch von beiden Seiten der Insel, ne, wie man in den USA so schön sagt, ja, das ist die ganze Partei, ne, das ist, wir haben bald wieder Wahlen in den USA, ja, nächstes Jahr, da bereiten sich schon jetzt da drauf vor und da geht es einfach nur darum, ja, dass jeder praktisch sich so nur zur Schau stellt nach dem Motto, hey, ich bin, ne, wir machen das Richtige, wir sind für die Bürger da, für die Konsumenten und ach, ist einfach totaler Quatsch, was sie da machen. Ja, kommen wir zum Nächsten, wir haben zentralisierten Exchanges, ja, und oft denkt man, naja, gut, ich bin dort auf zentralisierten Exchanges, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Assets dort sicher sind, ja, wir sprechen jetzt nicht von Binance oder irgendeine kleine Exchange, sondern von Coinbase, ne, Coinbase ist natürlich eines der angesehensten Exchanges in den USA, ja, aber auch z.B. auch Kraken und so, ne, das sind große Exchanges, die auch sehr, sehr stark reguliert sind, ja, und da könnte man denken, okay, die sind sicher, ja, ich sage mal, ja, ich lasse überhaupt nicht auf zentralisierten Exchanges liegen, denn dafür gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, ja, vor allem, wenn man Krypto handelt. Wenn ich etwas liegen lassen will auf Exchanges, ja, dann gehe ich Aktien und Optionsscheinen oder Zertifikate handeln, ne, und das Ding bei zentralisierten Exchanges ist natürlich, ja, dass diese Zwei-Faktor-Authentifikation, ja, zwei, was bedeutet letztendlich Zwei-Faktor, genauso wie der Name sagt, ne, man muss zweimal sich nachweisen, ja, dass man die Person ist, die dieser, dem dieser Account gehört, ja, und das ist nicht wie bei Krypto, bei Krypto musst du kryptografisch nachweisen, ja, und das kann man nicht hacken, egal wie man das hackt, ja, wie viel Rechenpower man hat, aber bei Personen, ja, die über zwei Sachen, die Social Engineering mäßig nachgebaut werden kann, ist natürlich, ne, relativ, sage ich mal, nicht relativ einfach, aber zumindest möglich, ja, und die Masche ist ganz, ganz normal, also eine Seite über E-Mails, ja, wirst du kontaktiert, auf der anderen Seite werden die, also, so gehe ich davon aus, dass die, äh, Funktionsweise werden die gleichzeitig selbst bei Coinbase, nach dem Motto, ja, eine Veränderung der E-Mail, so etwas anfordern, oder das Passwort, und das muss man dann auch im zweiten Schritt natürlich, ne, wenn man Zwei-Faktor-Authentifikation eingerichtet hat, durch diesen Code, ja, den man dann eingibt, bestätigen, ne, aber an der Stelle geben die sich halt, ne, stellen die sich dazwischen, ja, zwischen Coinbase und euch selbst, ja, geben euch praktisch eins zu eins die Nachrichten, die eigentlich Coinbase an der Stelle rausgibt, an euch weiter, ja, und verlangen von euch, ne, weil die sich ja als Coinbase ausgeben, euer Passcode, ja, und wenn die aber beides in der Hand haben, also euer Zwei-Faktor-Authentifikationscode und natürlich eure E-Mail, ja, dann können die bei Coinbase euren Sachen ändern und natürlich auch Zugriff auf euren Account bekommen und dann eben alles dort abziehen. Es wurden schon einige große Leute angegriffen, ja, die viel Geld hatten, und da muss man wirklich auch vorsichtig sein, wenn wir auf zentralisierten Exchange sind. Und denkt dran, alles, E-Mail, SMS, das lässt sich alles easy fälschen, ja, Sim-Swapping, ganz typischer Angriffsvektor und da muss man einfach auf der Hut zacken. Kommen wir zum nächsten. Und wir haben auch, ja, gerade bei solchen, in solchen Zeiten auch sehr viel Panikmacherei, ja, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Und zwar geht es hier um nicht kleine Summe, um eine Milliarde, ja, und was mir auf ersten Punkt schon aufgefallen ist, ist das hier, ne, dass die Assets extrem, extrem gleichmäßig aufgeteilt sind, ja, auf über 1000 Wallets. Und da denke ich, wer macht sowas, ja, wenn das eine wirkliche Wahl wäre, ne, ich meine, ich kann es verstehen, ja, ein Wahl, der verteilt dann seine Assets auf 10, 20 Wallets, Cold Wallets, was auch immer, ja, ne, versteckt die ja in unterlichen Banken oder bei Familien oder sonst was und fertig, ja. Aber dass man tausende Assets, also Wallets erstellt für diese, ne, Milliarden an Gelder, das macht nicht wirklich viel Sinn, ja, vor allem, dass die alle komplett gleich sind. Das könnte man machen, wenn man natürlich ein Skript selbst schreibt, ja, und dann die Assets aufteilt und, ne, dann werden die natürlich alle gleichmäßig aufgeteilt und, und das stellt sich eben heraus, beziehungsweise ist sehr, sehr, sag ich mal, wahrscheinlich, dass es tatsächlich Coinbase selbst ist, ja. Also noch nicht mal eine große Wahl, der seine Assets auf Coinbase transferiert hat, sondern einfach Coinbase selbst, ja, die hatten, keine Ahnung, Milliarden Assets auf den Coinbase gehabt und haben gesagt, okay, ne, es sind zu viele Assets in den Hot Wallets, die packen jetzt alle in Cold Wallets, ja, die wurden alle gleichmäßig aufgeteilt auf unterschiedlichen Cold Wallets und die wurden an ihren Custody-Partner weitergegeben und jetzt brauchen die die Assets wieder, deswegen wurden die, ne, von den Custody-Partner wieder zurückgeholt und in die Hot Wallets transferiert, ja. Aber das ist aus meiner Sicht die, sag ich mal, vernünftigere Erklärung für diese ganzen Aktionen hier, also es steht aus meiner Sicht nicht eine Milliardendampf von Ys bevor, weil ein großer Wahl jetzt angeblich sich überschlossen hätte, ja, seine 1000 Wallets mit den 100 und Ys da drin, alle gleichmäßig, ja, auf Coinbase zu transferieren und die dort zu verkaufen. Und kommen wir zum nächsten, wir haben bei Cosmos eine weitere Umstellung, ja, und zwar die größte Decks in dem Cosmos-Ökosystem, die ist Osmosis, auch wenn es schon sehr, sehr viel kleiner geworden ist. Die waren mal bei fast Milliarde, glaube ich, ja, mittlerweile ist es nur knapp über 100 Millionen Bärenmarkt, ne. Und was die machen, die nennen das Supercharge, ist nichts anderes wie konzentrierte Liquidität, ja, wird nach und nach, also Pool für Pool umgestellt, das wird Ganze in einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten insgesamt abgewickelt, also nicht alles auf einmal. Und das ist auch das, ja, was, wo ich schon seit über, jetzt mittlerweile fast zwei Jahre sogar drin bin, ne, und auch selbst da drin diese Coachings für euch mache, ja. Das heißt, wenn ihr Interesse da dran habt und kurz und knapp verstehen wollt, wie funktioniert konzentrierte Liquidität, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, ja, weil konzentrierte Liquidität ist aus meiner Sicht viel, viel schwerer für den normalen Retailer zu beherrschen und für die Menschen, die sich nicht damit auskennen, droht eben eine extrem hohe Gefahr, da Geld zu verlieren, ja. Konzentrierte Liquidität verglichen mit vorherigen Modellen, ja, sag ich mal, diese V2-Modelle von Uniswap, die auch Pancake sehr lange benutzt hat, die sind ja auch umgestellt, auch konzentriert, hat eine sehr, sehr hohe Verlustwahrscheinlichkeit, weil man an der Stelle diese Impermanent Loss sehr, sehr leicht unterschätzen kann, weil der an der Stelle eben gehebelt auch berechnet wird. Und wenn ihr, wie gesagt, sowas lernen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und, ja, das ist Osmosis, ich bin gespannt, auf welches Modell die letztendlich umsteigen. Das Uniswap V3 ist ja ausgelaufen, die Lizenz, da könnten die theoretisch 1 zu 1 einfach den Code forken und den benutzen, aber es gibt ja mittlerweile auch sehr viele andere Anbieter, die selbst diese konzentrierte Liquiditätsmodelle nachgebaut haben, ja, und da könnten die auch alles ein oder andere übernehmen. Ich werde mir definitiv mal angucken, wenn es fertig ist, weil jede Form, Art und Weise der Implementation von Code, konzentrierte Liquidität, das ist für mich immer super spannend, das anzugucken. Und, ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben Curve Wars, ja, Curve Wars war mal, ich habe auch mal auf meinen Sender mehrere, also ich glaube zwei, drei Sendungen dazu gehabt, zu Curve Wars. Das war im Bullmark eines der größten Flywheel gewesen. Flywheel heißt nichts anderes wie ein Rad, was sich selbst, ja, nach oben immer dreht und immer, ne, immer höher wird, höher wird. Und im Bärenmarkt ist natürlich auch sowas schwierig, ja, das hat ziemlich lange noch gut gehalten, man sieht hier an den Charts, ja, zum Beispiel bis etwa August, September 2022 letzten Jahres, also fast ein Jahr her und seitdem geht es halt runter, ne, weil wir natürlich erstens im Bärenmarkt sind und zweitens, weil natürlich die Emission, ja, die ist einfach ein Hintergrund, ja, was bedeutet Emission? Bei Curve Wars wird einfach die Emission von Curve aufgefangen durch Convex zum größten Teil. Convex ist der größte Halter von Curve und was Convex an der Stelle macht, ist nichts anderes wie, wir nehmen die Emission, ja, die ihr herausgibt, äh, täglich zu einem großen Teil, packen das, locken das für immer weg, ja, heißt praktisch so, wir verbrennen die, ja, dafür geben, äh, geben wir unsere eigenen Token raus, den Convex-Token, ja, an die User und die haben an der Stelle sogar noch mehr davon, ja, wenn es zurückgewandelt wird in US-Dollar. Und somit würden dann die User eher zu Convex gehen und dort, ne, ne, Geld anlegen, als direkt bei selbst bei Curve anlegen, weil die natürlich mehr Rendite kriegen und zweitens sich nicht darum kümmern müssen, die Token zu locken und so weiter, ja. Das ist praktisch das Modell von Curve mit Convex, also einfach erklärt, ne, natürlich sind noch sehr viele Details im Hintergrund und das Problem bei solchen Ganzen ist natürlich, weil beide an der Stelle massiv Emissionen haben immerhin, ja, ist, ist das Ganze eben nicht ewig aufrecht erhaltbar, solange nicht genügend neue Nach-, also, ähm, Kaufkraft, ja, Nachfrage entsteht. Und das ist, Nachfrage gibt es halt nicht im Wertmarkt. Und man sieht das, ähm, ja, ganz deutlich, das ist eines der ausschlaggebenden Kriterien, die ich im Auge behalten würde, wenn ich dort drin in Curve Convex investiert wäre, ja, nämlich diese, diese Ratio, ja, diese Ratio von, äh, wie, äh, Vote Escrow Curve, das sind praktisch die gelockten Curve, zu den Curves, die insgesamt auf dem Markt sind, ja. Und der ist eben seit fast jetzt einem Jahr im sinkenden, äh, im fallenden Modus und, äh, das ist zumindest aus meiner Sicht schlecht für dieses Flywheel-Effekt, denn je mehr Token natürlich frei auf dem Markt sind, desto, ne, kommen oder dort landen, desto niedriger wird natürlich der Preis, weil der Verkaufsdruck höher ist als der Kaufdruck, ja. Ähm, muss man vorsichtig sein, das sieht man natürlich auch in dem fast identischen Chart von Curve und Convex, ne, dass beides in einem praktisch leicht fallenden Kanal nach unten geht. Mal schauen, wie lange die hier noch durchhalten können. Und das nächste, ja, äh, TUSD, hat jetzt, äh, wieder einen Schlag versetzt bekommen, nämlich, äh, durch diese Geschichte hier, ja. Ja, ja, im Trust, ne, habe ich vor einigen Tagen tatsächlich auch schon drüber berichtet, da haben die gesagt, hey, bei uns wird das Minting und Redeeming von US-Dollar nicht mehr gestattet sein, ja, von, äh, TUSD. Und, äh, das war damals schon so ein bisschen dubios, warum, ne, stellen die das jetzt plötzlich ein und jetzt kommen natürlich heraus, weil von Prime Trust eines der Banking-Partner, äh, nämlich Bank, an der Stelle insolvent ist, ne. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, auch wenn die vielleicht nicht viel Geld da hatten, ja, bei Bank, in, in Form von praktisch Backing für diese TUSD-Token, ja, ist es natürlich so, dass jetzt, wenn die natürlich insolvent ist, ja, ist das Geld, ja, verpufft, ne, ist nicht mehr da. Ja, und, äh, dann kann man sich natürlich letztendlich überlegen, wie viel von dem Backing, ja, die hier als Escrow, ja, ich sage mal, trust me, bro, heißt das gleiche wie Escrow, da reimt sich sogar, ja, das heißt, bei TUSD geben die mittlerweile gar nicht mehr an, bei welcher Bank die, 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 die Gelder hinterlegt haben oder das Backing, und deswegen habe ich auch schon immer gesagt, ja, das war schon, äh, seit, fast jetzt ein halbes Jahr, ja, wo ich gesagt, TUSD ist eines der schlechtesten Stablecoins, die es gibt, ja, seid wirklich vorsichtig, wenn ihr dort hineingeht. Nichtsdestotrotz, Binance hat ja damals gesagt, dass die auf TUSD umsteigen, und da kann man sich ja auch denken, ja, aus welchem Grund, weil natürlich hinter TUSD auch Justin Sun steckt, ja, und, äh, diese ganzen, na, äh, äh, sag ich mal, Kartenschloss, äh, der sich dort aufgebaut hat, das wird, ja, früher oder später einstürzen, da muss man einfach auf der sicheren Seite sein. Und kommen wir zum nächsten, wir haben CK, ja, und das ist, äh, nicht nur, ich bin ja mittlerweile ein bisschen unterwegs auf der, ähm, wie heißt diese, ähm, Stark, ja, Starknet, äh, für diese, ähm, Agent, ähm, NFT-Serie, die man da abstauben kann, abstauben kann, und da gibt es einiges an Fehler, ja, auch ich bin selbst sehr vielen schon begegnet mittlerweile, und einiges, ja, das sind sogar Fehler, die immer wieder auftauchen, ja, und das ist einfach normal, ja, in einem Entwicklungsstadium, eines Chains, ja, das ist nochmal was ganz anderes, weil es mit Kryptografie zu tun hat, und das ist eine ganz neue Technologie, die an der Stelle implementiert ist. Ich meine, CK Sync, ja, mit AERA ist ein bisschen stabiler als, äh, Starknet, ist aber auch ein anderes Modell an der Stelle, auch wenn beide auf CK basieren, und da muss man, das ist auch der Grund, ja, warum ich, ja, schon vor ein paar Monaten gesagt habe, ich würde mindestens ein halbes Jahr abwarten, bevor ich anfange, größere Mengen, was heißt überhaupt, dorthin zu transferieren, weil das ist einfach eine sehr, sehr neue Technologie ist, ja, und man weiß nicht, was da passiert. Ich meine, im Worst Case, ja, wenn da wirklich was schief geht, und das Geld gefangen ist oder sogar verloren geht, ich meine, verloren geht, ja, geht ja eigentlich nicht, aber, ne, theoretisch, äh, muss man damit rechnen können und, äh, auch, äh, vertragen können, ja, wenn man schon so früh dorthin geht, denn viele Leute, bin ich mir sicher, ja, sind eben auf dieser Airdrop-Jagd, und, äh, da muss man einfach die Risiken auch betrachten, ja, das ist nicht einfach so, dass man, ne, die Transaktion einfach mal tätigen kann und was abstauben kann, sondern, da sind immer Risiken mit verbunden. Und kommen wir zum Letzten, und zwar diese Geschichte um Uniswap, ja, ähm, gestern, nachdem diese V4 rausgekommen ist, ist nämlich diese Nachricht rausgekommen, ja, und das, ähm, das ist auch das, was ich immer sage, selbst die, die größten, die besten, ähm, Applikationen, ja, und dazu zähle ich eben zum Beispiel sowas wie Awe, sowas wie Curve, sowas wie Uniswap, ja, das sind praktisch die allererste Reihe, wo ich sagen kann, das sind die allersichersten Protokolle in der DeFi, ja, wenn ihr neu in der DeFi seid und wenn ihr nicht den Kurs bei mir nehmen wollt, ja, zum Thema DeFi-Einsteiger oder Yield-Farming, ja, dann nimmt diese, ja, die, die größten Protokolle, die sind, ne, ähm, battle-tested, wie man so schön sagt, ja, und haben bislang auch keine großartigen Hacks und sowas erlebt, ja, und nichtsdestotrotz haben die trotzdem Fehler, ja, und das haben, ich bin mir ziemlich sicher, fast alle Protokolle, nur wie, ne, wie schwerwiegend diese Fehler sind und wann diese Fehler letztendlich aufgedeckt werden oder überhaupt aufgedeckt wird, ist die Frage, ja, und an dieser Stelle haben die, also das ist auch ein Sicherheits-Club oder Unternehmen, die haben an der Stelle einen Fehler entdeckt im Uniswap und das haben die natürlich, ne, stillstreikend mit Uniswap kommuniziert, Uniswap hat an der Stelle das Ding gefixt und auch direkt auf allen Chains die Smart Contract geupdatet und auch, und somit ist der Fehler jetzt behoben, ja, das Risiko ist beseitigt, aber dieser Fehler hättet an der Stelle theoretisch zu, ähm, zum Diebstahl und sowas führen können, ja, bei Uniswap und, äh, das ist eben, muss man immer im Hinterkopf behalten, aber nichts ist hundertprozentig sicher an der Stelle. So, kommen wir zu den entspannteren Sachen und zwar das Erste, ja, wenn ich euch frage, warum, ja, warum fließt kein Geld ins Krypto rein, ja, dann guckt euch das hier an. Unternehmen, ja, sammelt, äh, 100 Millionen an Schadkapital ohne, ohne überhaupt ein Produkt überhaupt zu haben, ja, das heißt, die müssen erstmal noch das Produkt entwickeln, ne, die sind jetzt dabei, Leute anzustellen und wenn ihr sagt, hey, ich bin gut in Programmierung, Machine Learning und sowas, das ist mein Ding, Python und so, dann bewirbt euch, ja, weil gerade bei solchen Unternehmen, die eine frische, eine riesige Menge Kapital bekommen haben, ja, da kann man natürlich relativ leicht, ja, zu einem gut bezahlten Job kommen, ja, wenn man die entsprechenden Kenntnisse hat und auch entsprechend, und vor allem im Bereich AI, ja, das Gute bei da, bei AI ist, weil es so frisch und so neu ist, ja, haben die wenigsten Leute wirklich einen Track Record und wenn ihr einfach sagt, hey, ich habe fünf Jahre, zehn Jahre Programmiererfahrung, ich kenne mit Python aus, ich kenne Machine Learning, ja, das kenne ich alles, das kann man in zwei, drei Wochen lernen, ja, und dann bewirbt euch da und, ja, am besten Belebenslauf angeben, Analyst bei CIA oder FBI oder beim Bundesnachrichtendienst, sowas hilft auch. Und die zweite Nachricht nehme ich das hier, ja, also ich finde das definitiv mutig, ja, dass der Anerstatter, ich meine, der ist natürlich eines der bekannten Personen der Welt, aber nichtsdestotrotz, ne, ich meine, das macht halt einen großen Fadenkreuz auf seinen Rücken, ja, und jetzt macht ihn zu einer Zielscheibe, warum geht's, also die US-Regierung, ja, das Weiße Haus hat hier etwas gepostet, nämlich, ne, diese ganzen politischen, aber ich will da nicht so doll drauf eingehen, ja, ihr wisst, worauf die Politik aktuell zielt in den USA und, ähm, und Elon Musk hat hier was dagegen geschrieben, ne, ihr sagt, hey, ihr seid die Regierung, ja, das ist nicht euer Job, euch um unsere Kinder zu kümmern. Und das Erste ist das Lustige, ja, an der Stelle nehme ich das, diese Post hier, ja, ihr seht, das hat 4.800 Likes, ja, und dieser einen Satz oder zwei Sätze von Elon Musk hat mehr als das Doppelte an Likes, aber diese Ratio, ne, und zweitens, das Traurige, die traurige Wahrheit an der Stelle ist natürlich das, was er sagt, ja, ist natürlich die absolute Wahrheit, die Kinder gehören den Leuten selbst, ja, die Regierung ist nicht dazu da, um die Kinder zu schützen, ja, sondern die Regierung ist da, ne, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, damit, äh, Familien, Eltern mit Kindern und so weiter, äh, aufwachsen können, ja, und im Falle natürlich letztendlich, ja, trotzdem, ja, Polizei und so weiter, wenn was passiert in bestimmten Familien, soll die Regierung an der Stelle helfen können, aber der erste Job von Regierung ist nicht, auf die Kinder, ja, der Leute aufzupassen. Und das war's auch schon für mich, äh, beziehungsweise auch für euch aus dem Kryptografie heute, mein Name ist G, ciao, ciao.